Hey und willkommen zurück zu Far Cry 3. Ich bin hier... erwacht in meinem schönen Penthouse. Und ja, wir haben halt die Quest zu Doktor... Schieß mich tot zu gehen. Aber wir nehmen erst mal das weiße Kraut mit. Oder machen wir erst mal die Team-Mission... Da ist noch so... Ja, wir machen mal die Team-Mission zuerst. Hallo. Hallo. Sieht aus wie ein Silbelsand-Tiger. Und ein Elch und... Stroh-Fünchel-Jagd. Tollwiedige Hunde. Erreiche den angeben Ort und rüste dich aus. Gut, dann fahren wir mal mit unserem... Jeep. Ich sag mal Jeep zu. Und mal schauen, was da abgeht. Uuuuuh! Ja, da kommen wir ja auch von Gold und Neemische. Und äh... Rase ich halt dich nur die Singleplayer durch. Das ist auch schön. Dann sieht man mehr von Far Cry 3. Ob wir so eine Art 100% mal ein bisschen schauen. Ich weiß gar nicht, ob hier 100% geht. Deswegen... Ich weiß es gar nicht. Das werden wir später erfahren. Okay. Stroh-Flinte. Schrot-Flinte. Übrige Tiere. Fünf. Was ist das? Die M133 ist eine russische Vor-der-Schaffs-Riptier-Flinte oder Pump-Action-Shotgun. Nicht zu verwechseln mit Natascha, die russische Pump-Action unten am Hafen betreibt. Hahaha. Die Waffe wurde für zivile und französische Zwecke entwickelt. Da sie relativ günstig ist, wurde sie massenweise von Fest und seinen Ratten gekauft. Jo. Dann haben wir wohl ganz viele Gegner damit. Das ist glaube ich so... Neben so schalten wir auch Waffen und so frei. Das wäre eigentlich gut. Ich weiß es aber gar nicht. Für mich ist Far Cry eigentlich blind. Ich hab's mal kurz angespielt. Ja, das war's schon. So, Tiere. Tierchen. Egal welche Tiere wir töten oder... Weil ich jetzt hier ganz viele Schätze. Die nehmen wir alle mit. Hier sollte einer sein. Okay, keiner. Ja und ich. Doch hier ist die Kisse. Weißer Poker-Schöpfen. Hier müsste eigentlich auch einer drin sein. Zeig den zumindest an. Oh ne Girlcat. Oh. Hallo. Ihr Spider-Schwein. Den haben wir doch noch in der ersten Folge sehen. Spider-Schwein. Spider-Schwein. Werden die Tiere nicht angezeigt? Ich höre einen Wolf. Oder was ähnliches. Da ist doch was. Wo ist der? Oh, sie kommen! Jetzt kommen sie. Uiuiuiui. Da will mich einer weißen. Aaaaah. Geht weg. Nein. Wachen wir den erwischt. Das ist ja... Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ah, da sind wir nicht verwundet. Ich hab mich auf jeden Fall gerade noch was gebissen. Schlachter. Ah, der ist immer noch so. Ah, fuck! Anleitung ist bereit. Ah, der ist immer noch so. Ah, fuck! Anleitung ist bereit. Ah, der ist immer noch so. Ein einfacher Brennstoffgurt. Ein kleiner Gurt mit Zusatzbrennstoff für den Pflaumenwerfer. Ja, wir können aber noch keinen Pflaumenwerfer machen. Ähm. Mit größeren Brieftaschen kannst du mehr Geld mit dir führen. Was können wir das denn machen? Nicht herstellen. Es wird dann benötigt eine einfache Brieftasche für Schweinsleder. Das ist klar. Verbessert dein Jagdvermögen. Herstellen. Was ist das denn? Jagdinstinkt? Was ist das denn? Was ist das denn? Waffenkorn? Ich will aber nicht herstellen. Ich will... Spritzentasche. Schweinsleder. Wir brauchen aber Schweinsleder. Okay, Pfeile. Hier machen wir Pfeile. Siegenfell, okay. Wir müssen jetzt aber noch einen... Hund. Hyäle. Keine Ahnung was es ist. Das Tappnisierer war wieder verpisst. Wir haben die Stoffelte gespürt. Und ich fick die anderen zwei Leichen nicht. Oder... Ja, wir hatten fünf Tiere und ich fick die anderen Leichen nicht. Ja, wir hatten fünf Tiere und ich fick die zwei anderen Leichen nicht. Wollen wir uns heilen? Ja sicher. Ich bin ja... Ich bin ja nicht blind oder sehe ich gar nicht von denen. Wo ist denn das Radial? Keine Ahnung. Dann mal, das reinkdet ihr alles entwerpt. Schiess. Wir müssen fü syndenstellen. Suchen Sie in underway und fragen Sie. Diesesチ IUマタケ classe. Da. Ui. Wo ist er denn her? Toll wie gehundert. Okay. Da sagst du was. Jetzt können wir doch eine Todesmission machen. Und das wäre genau hier sogar. Was ist denn los? Oh. Okay. Machen wir doch die Todesmission. Ah, da ist doch die Kiste. Hab ich die übersehen. Doggy Pack. Was ist denn? Doggy Pack. Ah, hier ist Muni. Genau. Aufnehmen. Nachladen. Nachladen. Hier gesucht. Äh, Crash World. 27.09.2003 oder was das steht. Ein Pirat- Tö- Ein Pirat- Ein Pirat- Zwischen hier und Dr. Hein- Dr. Hen- Hen- Hartz- Haus unschuldige. Natürlich nicht mit einem Messer. Okay. Können wir da einsteigen drin? Oh ja. Können wir gleich die Straßensperre da durch. Durchbrechen. Äh, über die Brücke nach vorne und... Haben wir wohl nicht alle erwischt? Das ist aber einer, der fuffert uns gar nicht in einem Tag. Ja, gehen wir weg. Das Ziel ist... da. Oder was? Ich dachte schon ein bisschen, da ist unser Dorf. Das grüne Kraut, das sammeln wir auf! Nein! Boah, nein, nein, nein! So kann man ein Geländewagen... Nehmen wir mal das grüne Kraut mit, weil wir schon hier unten sind. Und das rote Dreck. Kann man das aufnehmen? Und das rote... Tschak! Kaminrotes Blatt! Der Kaminrot... Egal! Boah, das wird noch nie! Das hat gelegt, dass das für immer Wäsche geheben. Und... Ach, ich hab das... Na! War da nicht... War da am Strand lang... Und sie ist sowieso nicht wieder gut. Ja gut, da hinten muss auch die Insel. Da gibt es ein Tor! Der Turm ist aber dahin. Erreichte den Angegenwert. So. Das sind da müssen wir. Wir müssen endlich abhängen. So, dahinter abhängen. So, dahinter abhängen. So, dahinter abhängen. So, dahinter abhängen. So. Wie war das mit der Kamera? So, okay. Das ist wie bei Crew-Isses. Da ist einer, ja. Wenn nicht. Doch, da ist noch einer. Da ist noch einer. Da sind Runde. Ja, das ist ein Runde. Okay. Wie kann ich mir jetzt am besten füllen? Ja, die Träge sind halt so. Ein Königreich. Für ein Kaltes. Boah, da ist ja noch einer. Der Hund gefällt mir nicht. Der Hund wird nicht mehr. Der Hund wird nicht mehr. Ah, Scheiße. Ach, Scheiße. Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's nicht gesehen. Meine Fresse! Aaaaah! Dich mit dem Messer! Aaaaah! Boah! Pfff! Ach, gut! Digga! War da noch einer? Puh! Heilen! Auf jeden Fall heilen! Dann nehmen wir uns gleich das Auto. Aber heilen uns erstmal voll, weil... Puh! Oh oh! Scheiße! Wir haben uns nicht gesehen! Oder? Wir halten aber an! Dann stecke ich lieber! Aber das war ein Kontrollpunkt! Und... Okay, nehmen wir uns... Wir nehmen das Auto, weil das steht perfekt da. Hat uns nicht gesehen... Der hat uns nicht gesehen! Der hat uns nicht gesehen! Der hat uns nicht gesehen! Gibt mir die Waffe von dir! Wuh, wuh, wuh! Und du? Du gibst ja noch EP dann! Bim, 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 bim! Ach, den können wir noch... Ach, ne, das mach ich nicht! Das ist mir zu viel Arbeit da! So, dann gehen wir mal zu Doktor... Hen... Na... Ah, das sind noch mehr, die überfahren wir aber... Ah, da haben wir doch einen erwischt! Oh, der! Boah! Die Dinger können nicht driften! Boah, da hat er mich noch erwischt! Können wir uns auch heilen? Ja, wir können... Oh! Da zieht sich eine Kugel einfach aus! Ist der bekloppt, ey! Boah! Ach, den Turm nehmen wir mit dem! Der ist ja jetzt auf dem Weg! Boah! Aussteigen? Okay! Ah, wie kommen dann da hinten irgendwo raus? Ah, egal! Wie kommen wir denn da hoch? Hat er die Handgrenze nicht angezogen? Das ist ja so schräg gewesen, oder? Äh, wie kommen wir denn hier hoch? Kann mir das mal erklären? Hier oder... Ah, okay! Das hab ich grad nicht gesehen! Klettern! Und nochmal! Klettern! Okay! 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 Hier geht's hoch! Dann die Leiter! Dann das! Das! Guck, guck! Dann! Da! Ah, die Leute! Ich übersehe alles! Das gibt's doch nicht! Sorry, jetzt haben wir's geschafft! Wir sind oben! Da kommen wir nicht gegen! Geh kaputt! Ok, ok, das ist nur ein Knarfen! Warte mal los! Was ist das für? Geil! 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 Ok, da gibt es einen großen Kanon! Hier ist ein Lager! Und da ist ein... Na gut! Hallo! So, jetzt brauche ich noch mal die Karte! Danke! Wir müssen in die Richtung! Warte, wir haben noch einen Punkt erreicht! Wir wollten doch... Tick down und verstecken! Du kannst gleich an deiner Gegner einen Standard-Tickdown schnell verstecken! Ne, nehmen wir mal Tick down! Ok... Hier ist eine Kiste! Ich bin denn ein Fetisch! Kommen wir denn in welche Richtung ist am besten? Die ist doch Mist! Oder können wir da mit dem Boot rüber rutschen? Wollen wir denn lang? Fahren wir jetzt mal da rum... Oder gehen wir hier und... Komm! Seilzug! Seilrutsche benutzen! Seilrutsche benutzen! Bisschen bitterer Nennung! Viel weiter! Oh! Wir sind gleich da! Auch auf die Insel! So, dann können wir da mit dem Boot fahren! Ohohohoho! Okay... Okay... Hatte ich erledigt! Da müssen wir jetzt den Granzenberg da hoch... Der Granzenberg... Gibt's hier kein... Automobile... ... ... ... ... ...